Hallo, Henrik hier. Ich möchte euch heute mal was zu der neuen Google Chrome Extension zu Adobe Express erzählen. Das heißt also, wenn man im Extension Manager von Google Chrome, dem Desktop Browser, nach Adobe Express sucht, dann findet man dort eine neue Extension, also eine neue Erweiterung, die es im Moment Stand Anfang September 2023 in der Version 1.0 gibt. Das heißt, es ist also auch noch relativ neu. Da wird es also auch noch Updates geben, aber das ist im Moment Stand. Und wenn man diese installiert hat und geht jetzt auf irgendeine Webseite, auf der eine Infografik oder ein Bild ist, was man in Adobe Express verwenden möchte, kann man dort dann mit der rechten Maustaste auf das Bild klicken und bekommt dann über Editieren mit Adobe Express eine kleine Nussuntermenü angezeigt, indem man dann auswählen kann, dass man damit direkt in Adobe Express ein neues Projekt öffnen möchte. Das heißt, es wird direkt nach Adobe Express geschickt. Man muss es nicht irgendwie auf der Festplatte zwischenspeichern, sondern es landet direkt in Adobe Express. Man kann das Bild dort zurechtschreien, das heißt also mit Crop Image das Ganze zurechtsägen. Man hat ein Remove Background als Option, ein Resize Image, Convert to JPEG und Convert to PNG. Das heißt, man hat also ein paar Optionen, die es in Adobe Express direkt als Quick Tool oder direkt als Funktion gibt. Und das wird immer schön weiter erweitert. Und ich hoffe, ihr habt damit viel Spaß und könnt damit schöne neue Projekte erstellen. Also, euer Henrik, viel Spaß noch.